Das ganz besondere Modeerlebnis an der Silberzelle 8 in Scherding. Das VIA Outzinger in Scherding eröffnet ein erweitertes Einkaufsparadies und bietet nun ein doppelt so großes Modeerlebnis. Mit einem breiteren Markensortiment richtet sich das Geschäft an Kunden, die Wert auf gute Beratung, Auswahl und Qualität legen. Im Erdgeschoss locken Fashion Highlights für den täglichen Bedarf, während im ersten Stock eine einladende Wohlfühlatmosphäre mit einer eigenen Fashion Bar zum Verweilen einlädt. Hier können Kunden bei Sekt und erfrischenden Getränken die neuesten Modetrends entdecken und sich inspirieren lassen. Besonders hervorzuheben ist das neue Trachtengewölbe, das Mode und Tradition vereint. Hier finden Kunden eine Auswahl an traumhaften Dirndln und zünftigen Lederhosen in allen Größen. Zudem gibt es im ersten Stock eine exklusive Auswahl an Kleidern und Anzügen für Hochzeiten, Bälle und besondere Anlässe. Wir laden Sie herzlich dazu ein, Teil einer besonderen Atmosphäre zu werden und das Einkaufen zu einem Erlebnis zu machen. Das WIA-Team heißt Sie von Montag bis Freitag durchgehend von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 16 Uhr herzlich willkommen. Wir freuen uns auf Euch und Euren Besuch, Eure Hanna Artzinger, Eure Silvia Artzinger. Wir freuen uns auf euch und Eure Hanna Artzinger. Vielen Dank.